So, jetzt kann ich loslegen. Also es passt vielleicht ganz gut zu dem letzten Talk, denn ich wollte unbedingt mal auf einer Tech-Konferenz darüber reden, wie man anderen so richtig seine Meinung sagt. Also die Profis nennen das Feedback. Deswegen habt ihr vielleicht im Schedule schon gesehen, dass ich ein passendes Zitat ausgewählt habe, um das zu betiteln. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Das hat unser Ex-Bundestagsmitglied Joschka Fischer gesagt. Warum habe ich das ausgewählt? Nicht etwa, weil ich so ein überaus großer Joschka Fischer-Fan wäre, sondern weil ich zwei Schlussfolgerungen daraus ableiten kann. Und die erste Schlussfolgerung ist, man kann jemanden richtig ordentlich beleidigen oder sozialen Schaden anrichten, obwohl man sich augenscheinlich an die Regeln hält. Also da ist ja eine tolle Anrede drin. Und die zweite Schlussfolgerung ist, Joschka Fischer hatte damals das Gefühl, das musste unbedingt mal gesagt werden. Und manchmal ist es eben so, man muss etwas sagen, auch wenn die Etikette das normalerweise verbietet. Und damit das alles nicht so Probleme wirft, haben wir normalerweise so starre Feedback-Regeln. Also ihr kennt die vielleicht aus irgendwelchen Seminaren für Teambuilding oder manchmal hängt die im Besprechungsraum als Plakat. Klassiker wäre so eine höfliche Anrede, wie zum Beispiel der Herr Präsident. Oder dass man Ich-Botschaften sagt. Ich sage also nicht mehr, du bist ein Arschloch, sondern ich sage dann, also ich finde, du bist ein Arschloch. Das ist eine Ich-Botschaft. Und meine These ist, diese Regeln funktionieren überhaupt nicht. Also da sind viele gute Inhalte drin, das will ich nicht verneinen. Aber die sorgen nicht dafür, dass wir keine Konflikte mehr hätten oder sowas. Das ist einfach ein falsches Versprechen. Und warum ist mir das so wichtig, dass ich jetzt hier darüber rede? Mir persönlich bringt das sehr viel, weil wenn mir jemand Feedback gibt, dann weiß ich, woran ich bin. Und ich arbeite als Selbstständiger. Und wenn ich dann über kurze Zeit in einem Team bin und mit denen arbeiten soll, dann sollen die mir bitte schnell sagen, wenn ich irgendwas verkehrt mache. Und die sollen mir bitte auch sagen, was ich gut mache, damit ich mehr davon machen kann. Ich brauche das also. Und auch wenn ihr die ganze Zeit in einem Team seid, glaube ich, dass es jedem was bringt. Es bringt das ganze Team voran. Also wenn die Leute wissen, woran sie sind, dann geht es ihnen besser. Und ich glaube, es steigert auch die Performance vom Team, wenn man weiß, wie man gut zusammenarbeiten kann. Und es gibt noch einen dritten Vorteil für alle, die jetzt noch nicht überzeugt sind. Mit Feedback kann man von anderen bekommen, was man selbst gerne hätte. Wie mache ich dieses Geräusch? Ich habe es einfach... Gibt es eine Alternative? Okay, ich rede einfach laut. Das kann ich, glaube ich, auch. Ich rede einfach laut. Also ich war gerade dabei, dass man andere Leute manipulieren kann. Wenn man ihnen sagt, was man gerne hätte, passiert es häufig, dass sie einem das geben. Man kann das bis zu psychologischer Manipulation treiben. Davon rede ich nicht. Sondern es geht darum, wenn ich den anderen sage, was ich gerne hätte und vielleicht tut es denen gar nicht so weh, mir das zu geben, dann geht es mir wahrscheinlich besser. Wir tauschen einfach unsere Wünsche aus und dann wird es wahrscheinlich für jeden was dabei sein. Genau. Aber leider ist Feedback nicht nur wichtig, sondern auch schwierig. Also wir haben oft Schwierigkeiten mit Feedback. Und ein Problem ist, dass es nicht angenommen wird. Das haben wir eben, glaube ich, auch schon mal gehört, wie man darunter leidet. Das hat häufig was damit zu tun, dass die Leute Kritik nicht annehmen können. Also nicht immer können wir alles richtig machen. Hat häufig auch meiner Erfahrung nach damit zu tun, dass die Leute Lob nicht annehmen können. Also viele Leute können auch mit dem Lob nicht umgehen. Und da das so schwierig ist, bemühen wir uns dann immer und versuchen, das Feedback gut zu formulieren. Aber das ist anstrengend und das macht Feedback unattraktiv. Und ich glaube, ganz oft ist einfach kein Raum dafür da. Also es scheitert nicht an einem Zimmer, aber vielleicht an einem bestimmten Klima oder einer Situation, wo das mal möglich ist, Feedback zu äußern. Die Lösungen dafür sind angeblich wieder die Feedback-Regeln, aber ich habe ja behauptet, die funktionieren nicht. Was ist also wirklich das Problem? Ich nenne das ein toxisches Klima. Das ist jetzt kein totaler Sozio-Begriff, den habe ich mir einfach ausgedacht. Und ich glaube, dass nicht die eigentlichen gesprochenen Wörter das Problem sind, sondern die Stimmung, die dahinter liegt und die Beziehung zwischen den Leuten. Ich habe drei Beispiele, die kennt ihr vielleicht. Also natürlich nicht aus eurer Firma, sondern in den anderen Firmen. Ein Beispiel ist, alle meckern über den Chef, besonders gerne, wenn er nicht da ist. Das ist total destruktiv, weil es das Erkenntnis da ist, was besser gemacht werden müsste. Aber der, der es machen könnte, dem wird es nicht gesagt. Und wenn man alles so schön abwirft auf den Chef oder die andere Abteilung oder das Management, dann ist der Blick verstellt darauf, was man selber besser machen könnte. Nicht immer kann man selber alles verbessern, aber wenn man nur über den Chef lästert und das so der normale Speak ist im Team, dann kann man selber nicht mehr sein eigenes Potenzial sehen. Zweite Situation, alle meckern übereinander. Das habe ich schon in Firmen erlebt, wo ich hingegangen bin. Da sagt der, der hat das gemacht und der hat aber das gemacht. Und das ist auch so eine destruktive Atmosphäre, wo zwar offen Kritik geübt wird, aber nicht in einer Art und Weise, wo man irgendwie sinnvoll darauf reagieren kann. Keiner hat mehr den Mut, irgendwie voranzugehen und irgendwas auszuprobieren, weil er nur damit beschäftigt ist, seinen Stand zu halten, wo er gerade steht. Dann ist alles total festgefahren. Und die Situation kennt ihr vielleicht ganz gut. Ich habe noch ein drittes Beispiel, was mich sehr überrascht hat. Das habe ich auch erst im Nachhinein verstanden. Ich war zweimal in der Situation, dass in dem Team so richtig eitel Sonnenschein war. Also ihr stellt euch das so vor, es gibt eine Teamsitzung. Das war auch im ehrenamtlichen Bereich, also eigentlich alles ganz Friede, Freude, Eierkuchen. Einer sagt, das ist so schön, dass wir heute zusammensitzen, wir können so gut planen und mit euch macht es so viel Spaß. Wir fühlen uns einfach richtig wohl hier. Und dann nicken zwei Leute und die dritte Person nickt auch noch. Und in dem Moment ist es unmöglich, noch auszusprechen, dass man sich eigentlich nicht wohlfühlt mit dem Team. Dass es irgendwie schwierig ist mit der Kommunikation, dass man mit irgendwas unzufrieden ist. Und ich behaupte, das ist auch eine toxische Situation, wenn einer sagt, wir fühlen uns alle so wohl. Denn Kritik kann man dann nicht mehr wirklich äußern, man fühlt sich total unfrei. Ich habe das mal erlebt in dieser Position. Ich fühlte mich ziemlich ausgeschlossen, auch wenn keine böse Absicht da war. Und ich habe das auch mal erlebt, dass jemand in meinem Team nicht glücklich war und ich habe es nicht gemerkt. Oder es ist ziemlich spät. Das ist doof. Es gibt noch drei Irrtümer über Feedback. Ich habe meine Uhr nicht gestartet. Ihr klatscht dann. Es gibt noch drei Irrtümer, die Sachen häufig glauben, Leute häufig glauben. Einmal wird uns Sachsen nachgesagt, nicht gelobt ist gemerkt genug. Nicht gemerkt ist gelobt genug, so. Also wenn man nicht jemanden total platt macht, dann weiß der ja schon, ich habe den ja quasi gelobt. Da müssen wir hoffentlich nicht lange darüber reden. Das ist Quatsch. Jeder Mensch braucht auch mal Anerkennung. Ein zweiter Irrtum ist, die Mitarbeiter in der Firma, die brauchen ja kein richtig gutes Feedback, denn die kriegen ja schon Gehalt und das ist ja Anerkennung genug. Das reicht ja. Und wenn man sich so einen Profi aus Leipzig einkauft, der dann irgendwie kommt, das ist ja so ein richtig professionell arbeitender Mensch, der motiviert sich selber. Das stimmt, das ist auch mein Anspruch, wenn ich irgendwo hinkomme. Ich versuche mich selber um meine Schulung und meine Motivation zu kümmern. Aber ich gestehe euch ganz offen und ehrlich, auch ich arbeite nochmal anders, wenn ich irgendwie in einem guten Team bin und mir jemand auch sagt, woran ich bin. Und der dritte Irrtum ist, Kritik muss nur richtig formuliert sein. Das glaube ich manchmal selber auch. Dann wird die andere Person schon richtig damit umgehen. Also wenn wir nur diese tollen Feedback-Regeln anwenden, dann wird alles gut werden. Und das ist eine Lüge, denn es gibt einfach Situationen oder auch Menschen, wo das dann nicht klappt. Okay, wenn ihr jetzt noch nicht klatscht, hört ihr auch, wie ich mir eine gute Feedback-Kultur vorstelle. Ganz wichtig ist, dass man regelmäßig oder zumindest häufig Feedback hört, dass man auch genötigt ist, welches abzugeben. Weil so eine positive Erfahrung, dass es einfach normal ist und zum Alltag gehört, die schafft auch Raum für Kritik. Also wenn mal was schief läuft, wenn ihr richtig unglücklich seid und ihr wollt einfach Kritik äußern, funktioniert es viel besser, wenn ihr vorher ein paar Mal was Positives gesagt habt. Oder einfach eine Vertrautheit da ist. Ich habe gelernt, man darf nicht nur, also allgemein anerkannte Regel ist ja, es muss immer was Positives gesagt werden. Ich ergänze das, es muss auch immer was Negatives gesagt werden. Meine Erfahrung ist, dass nur Positives auch was Schlechtes ist. Also immer beide Seiten, positiv und negativ. Mein dritter Aspekt, der mir sehr wichtig ist, sind die persönlichen Beziehungen. Es funktioniert einfach nicht, wenn völlig fremde Leute oder Leute, die kaum miteinander kommunizieren, plötzlich sich sagen sollen, wie sie die Arbeit finden. Das habt ihr vielleicht schon mal erlebt, dass die Situation dann sehr merkwürdig ist. Als Teamleiter sollte man zu jedem der Mitarbeiter irgendwie so eine Basisbeziehung haben. Wenn ihr dafür keine Zeit habt, ist euer Job schlecht organisiert. Und wenn es zu viele Leute sind, dann ist das Team zu groß und ihr müsst irgendwie das weiter mit Hierarchien aufpeppen. Und auch die Mitarbeiter untereinander, da sollte jeder Beziehung, also eine gute Beziehung, eine tragfähige Beziehung zu zwei anderen Leuten haben. Wenn man mit einem von der Gruppe nicht klarkommt, kann man wenigstens noch mit dem anderen reden. Ich habe noch drei echte Tipps und es sind keine Formulierungshilfen wie die Plakate, sondern so Grundsachen, ein Mindset, wie man denken kann, damit Kommunikation mit den anderen besser gelingt. Und ich versuche immer, nicht den Menschen zu bewerten, sondern über das Verhalten zu reden. Also was auch immer mir gerade nicht gefällt oder was ich vielleicht auch gut finde, ich mache damit keine Aussage über den Menschen als Gesamtkunstwerk. Und wenn ich Kritik äußere, versuche ich mir einen Verbesserungsvorschlag zu überlegen, der tatsächlich umzusetzen ist. Das ist natürlich total hilfreich für die andere Person, wenn ich eine Idee habe, wie das gehen könnte. Und manchmal merke ich, mir fällt selber kein Verbesserungsvorschlag ein. Dann kann ich trotzdem sagen, ich finde das doof, aber wenn ich dazu sage, ich weiß leider auch nicht, wie es besser geht, gebe ich zu, es ist ein kompliziertes Problem. Das lässt die andere Person auch besser stehen. Und in einem Gespräch, wenn es jetzt nicht gerade so ein ausführliches Mitarbeitergespräch ist, versuche ich mich auf einen Kritikpunkt zu beschränken. Weil besser, ich bringe einen richtig rüber und der wird auch angegangen, als ich kann meine ganze Liste abarbeiten, was mir schon ewig nicht gefallen hat und der andere macht einfach nichts. Zusammengefasst, die proklamierten Feedbackregeln, die es überall so gibt, die vermitteln ein falsches Ziel und deswegen funktionieren sie auch nicht. Das richtige Ziel ist nicht, die Wortwahl zu beeinflussen und das irgendwie perfekt auszuformulieren, sondern dass man gute, positive Beziehungen vorher prägt. Ihr dürft mir jetzt auch gerne Feedback geben oder im Anschluss besser und zwar zu Inhalt und auch Form der Präsentation. Vielen Dank für den Slot, den ich wahrscheinlich furchtbar überzogen habe und viel Freude beim Weiterentwickeln der neuen Teams. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe mal einen, aber es gibt eine Person, die ist sehr gut, macht aber gerne, also als Programmierer ist auch sehr gut, macht aber gerne viele Sachen selbst. Und da hat er Spaß dran, ist motiviert und der Output ist auch richtig, also stark, aber dann kommen halt Sachen raus, die du über eine Bibliothek besser hättest machen können. Und sowas, ich finde das, und man kann das ja sagen, hier, es gibt ja auch die Standardbibliothek, aber ich finde das ganz schwierig, wie soll ich das kommunizieren? Ich weiß, er hat mehr Bock, das selbst zu machen und die Standardbibliothek will er nicht benutzen, wird aber für alle anderen viel leichter sein, wenn er die Standardbibliothek nutzt. Ja, also, ich versuche die Frage nochmal zusammenzufassen. Also, die Frage war, es gibt die Situation, dass ein Kollege irgendwie sehr viel selber arbeitet und so ein bisschen ein Einzelkämpfer ist, der tollen Code erzeugt, aber manchmal nicht darauf achtet, irgendeine Bibliothek zu verwenden oder irgendwas anderes wiederzuverwenden. Und ich habe jetzt nicht den perfekten Formulierungsvorschlag dafür. Ich würde versuchen, die Problematik, die daraus entsteht, transparent zu machen. Also, der hört vielleicht nur, es gibt eine Bibliothek und denkt, ja, mein Code ist viel cooler. Ich glaube, du musst ihm darstellen, welche Folgen daraus entstehen und warum das für dich persönlich ein Problem ist. Vielleicht kann er das besser verstehen. Hast du einen Vorschlag dazu? Ich würde auch darauf antworten, das kommt ein bisschen auf die Sicht an. Ich glaube, Curtis würde dir dazu sagen, langfristig ist dieser Mann eine Liability und sollte nicht da arbeiten. Denn wenn er sich nicht ändern kann, dann fährt er das ganze Unternehmen. Okay, ich wiederhole jetzt nicht die Diskussion jedes Mal für das Mikro. Ich fürchte, das ist nicht deine Rolle, Florian, das zu entscheiden. Wolltest du noch etwas dazu sagen? Ja, genau. Also, als ehemaliger Teamleiter, das ist eine Findungsaufgabe. Ich würde ihn als erstes Mal im Feedback-Bespruch fragen, warum er das gemacht hat. Denn wir haben einen Grunde und daran kann man dann arbeiten. Und dann kommen die Punkte, die Jugend, also nicht gleich mit dem Urteil reingehen und sagen, jeder weiß doch, es gibt eine Bibliothek, sondern einfach mal fragen, vielleicht hat er in diesem einen Fall tatsächlich nicht geguckt. Unwahrscheinlich, so wie du das schilderst, aber da müsste man, es ist eher eine harte Arbeit und irgendwann kommt man dann vielleicht dazu, dass man diejenigen da ist. Ich fürchte, du bist hier nicht richtig. Aber es würde dauern. Ich denke, es kann auch dazu kommen, den aus dem Team auszuschließen, aber das wäre für mich auch eine gewisse Form des Scheiterns, wenn man das nicht irgendwie, diese Energie, die da da ist, sinnvoll nutzen kann. Man muss natürlich die Person auch so beitragen. Man macht es eigentlich bürstelig. Also die Voraussetzung ist immer, dass wir daran denken müssen, dass jeder das Beste machen möchte, zu begehender Zeit, zu den Umständen usw. Sie kennt sich vielleicht auch ein bisschen regeln. Und manchmal einfach Leute nachfragen, warum es dann dazu kommt. Okay, ich sehe jetzt keine weitere Frage, dann würde ich die restliche Diskussion ins Mittagessen verschieben, damit wir euch nicht so viel davon klauen. Also, ach so, ja, dann kommt der Vortrag. Gut, vielen Dank.